Wir sind sehr schnell ins Spiel reingekommen, haben dann trotzdem nach dem Rückstand zumindest einen Punkt umgewandelt und dann fahren mit Selbstvertrauen zum Bälle. Ich denke, dass die Aktion gut ankam, nicht nur bei den Fans, sondern auch bei uns Spielern und das muss auch das Motto sein für die nächsten drei Spiele. Ich glaube, Pech allein gibt es nicht nur und wir brauchen uns jetzt auch nicht das immer als Entschuldigung nehmen, sondern wir haben genug andere Spieler im Kader, die auf die Chance gewartet haben zu spielen und zusammensetzen wir es um. Wille, Qualität, Leistungsbereitschaft habe ich nicht. Es ist eine Mannschaft, die selber in den Kampf kommt, alles reinholen wird, auch am Wochenende wieder und dem stehen wir uns entgegen. 2 zu 1 für uns.